willkommen ihr lieben zu einer folge clash of clans mit mir dem torsten klang krieg von gestern ihr seht wir haben 33 zu 31 gewonnen aber wie kam es eigentlich dazu dass wir den überhaupt auch gewinnen konnten weil der gegner wirklich wirklich gut war und ihr seht dass er hat auf jeden fall zwei zu vier drei sterne dann doch noch kassiert am ende allerdings haben wir unten auch rathaus 14 machen müssen was natürlich keine selbstverständlichkeit ist dass man die drei hat gar keine frage aber der gegner hat echt nerven gezeigt und das hätte auch keiner für möglich gehalten denn beim stand also die waren eigentlich immer die den gesamten ck über waren die immer so ein bisschen so ein bisschen vor uns oder immer ein angriff hinter uns aber trotzdem waren wir nur ein stern vor oder so das war ganz ganz verzwickt das lief immer ganzen tag hier und das hat sich vor allen dingen wirklich bis spät spät in den abend reingezogen quasi bis fast bis fast zum streamende und ihr wisst dass ich in der woche immer nur so bis 23 uhr 23 20 23 30 oder so streamen kann oder überhaupt streamer damit wir natürlich noch unser immer unseren schönheitsschlaf einhalten können von zehn oder zwölf stunden oder länger und dementsprechend stand ist glaube ich 28 28 meine ich wir hatten noch angriffe offen der gegner da auch noch angriffe offen und der gegner hätte halt auf 32 erhöhen können wir mit einem angriff dann auch nur noch auf 32 hätten aber gute prozente womöglich gehabt also es hat ein zwei sterne hätte hätte gereicht aber tatsächlich hat der gegner hier unten nerven gezeigt beim gladi und ich will ich habe das echt gefeiert hier weil ich immer so richtig alles schief ging ich will das nicht ich will übrigens ich will das nicht böse reden oder so also alles alles das was ich eigentlich immer rede und mache und zeige ist nie böse gemeint also hier wird nie ein gegner vorgeführt hier wird auch nie jemand aus meinem clan vorgeführt sondern ich würde eher sagen man behandelt sich respektvoll und das gilt auch für die klankriege also wenn ich etwas zeige und natürlich vielleicht mal sage oh man was hat er da gemacht oder was hat er da gemacht dann ist das nicht wirklich böswillig gemeint von mir das wollte ich nur mal klarstellen dass ich hier niemanden irgendwie anpranger disse oder oder was auch immer also das ist ein das ist ein gegner punkt machen wir weiter natürlich freut man sich wenn der gegner mal etwas nicht schafft was ist letztendlich hier ist das kann ich euch erzählen das ist die ist nämlich die blimp die eigentlich gar nicht schlecht geflogen ist ich meine sie war sogar mit in der worden ability mit drin das heißt die kommt in jedem fall an fries kommt auch noch mal ist allerdings erst mal voll in dem in den beiden riesenbomben hier gelandet und wusste jetzt glaube ich nicht wo sind meine truppen die sind nämlich davor hier an der mauer und nicht dahinter gewesen also sie waren schon ein bisschen weit weg hier unten passte das aber denn doch noch oben sind die allerdings dann gestorben und immer ein bisschen bisschen spät die die waren jetzt gerade ein bisschen spät und an der stelle hier hat er jetzt schon alle zauber verballert der inwes war ein bisschen spät oder beziehungsweise unsichtbarkeit zaubern war ein bisschen spät an der stelle das heißt wir haben noch richtig 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 nach hatten rathaus was jetzt gleich auch wieder repariert wird da darf man dann halt auch nicht zu lange warten muss man ganz klar sagen denn die bauarbeiter werden da gleich hin flitzen und da wieder reparieren oder sind also jetzt schon dran am reparieren man sieht die gar nicht mehr diesen auch hinten aber okay man sieht man sieht ja dass das rathaus auf jeden fall trefferpunkte wieder aufbaut und jetzt hier mit den tunlern da habe ich auch gedacht okay er schickt jetzt all in hier damit er wenigstens den stern rettet machte auch vier minions kommen da raus vier super minions aus unserer aus ich nenne mal so aus unserer konfigurierten clanburg und das rathaus nimmt nimmt nicht ab jetzt nimmt es erst ab aber es hat echt gedauert und ihr seht da ist nichts mehr über von den truppen da ist wirklich nichts mehr über von den truppen hier unten und das und das war der letzte rest vom schützenfestiger heftig heftig ja ich habe auch gedacht er hat jetzt erst er hat jetzt erst 29 oder 30 prozent vor wie will er das noch schaffen in den zweiten stern zu kommen zumal natürlich der adler jetzt hier stück für stück sich hier die die einheiten rausholt king gezündet ich habe dann echt live mitgezählt im stream 41 42 43 bohr der king kriegt aber ein bisschen viel feuer da etwas viel ja und jetzt waren es 43 prozent und immer noch schön der adler hier auf auf die kleinen truppen die er jetzt noch setzt aber er holt noch 44 das war es dann aber auch leute und da hat der gegner echt nerven gezeichnet und die haben auch ganz ganz spät angegriffen wirklich ganz ganz spät angegriffen ich glaube so zehn minuten vor schluss oder noch später ich habe dann auch noch angegriffen ja ich dussel habe gestern ich dussel habe gestern noch gesagt wer traut sich auf die 14 und mein clan ich liebe den clan die sind alle so fürchterlich nett die haben ja die 14 offen gelassen und ihr werdet sich glauben ich habe ihn gedreiert ich konnte selber gar nicht glauben ich bin nicht der drei sterne künstler leute man hat mir dann irgendwann gesagt tut du musst man auch mal an dich glauben ja ich wusste nicht was ich wusste nicht genau wie ich diese base angehe mit mit meiner drachentruppe und habe mir ich habe mir ich habe mir eigentlich gedacht ich spiel eine wirklich kurze blimp nachdem der gegner ja angegriffen hatte mit dem einsterner war für mich klar okay die haben nur ein stellen geholt wenn ich zwei sterne hole dann schaffen die maximal mit drei sternen noch ein unentschieden ja und ich wollte wirklich eine sehr sehr kurze blimp spielen so von hier noch nicht mal eigentlich von hier ja weil die feger hier sehr sehr gut standen um eine lange blimp zu spielen wollte ich jetzt halt nicht von von hier unten oder so kommen oder 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 gar von hier ja also also hier rüber sondern spiele wirklich eine ganz ganz kurze blimp ich wollte erstmals rathausweg haben rathausweg haben und ich habe noch ein bisschen mehr geschafft sogar was sicherlich auch noch mal richtig richtig cool war also wirklich eine ultra kurze blimp ihr seht die kommt auch total heile an die kriege ich ja gar kein beschuss naja fast kein beschuss ein bisschen beschuss schon aber ich war erst mal froh dass das ding durch war hier und scheinbar der invest passte die arsch auf einmal oder überhaupt die inwisse ich habe zwar immer so ein bisschen rathaus kranz mit drin gehabt aber das macht nichts das rathaus muss dann ganz mit drin stecken oder oder viel viel mehr in dem kreis und bekommt noch ein bisschen mehr weg von ja ich bekomme noch glaube kleines bisschen klar buch ein feger geht hier unten auch noch weg an der kranburg und dann war es das dann wusste ich jetzt sicher wie machst du weiter ok was machst du ja einfach mal weiter da unten christ vielleicht noch eine christ vielleicht noch eine luftabwehr mal sehen king macht das ja ganz easy peasy hier holt sich schnappt sich erst mal die luftabwehr dann ich wusste ich wollte eigentlich nach wie vor von hier rein ja richtung rathaus brauchte ich jetzt aber nicht mehr weil aber das rathaus ist schon weg und ich bin denen dann so ein bisschen entgegen gekommen hier weil ich halt von der seite jetzt überhaupt kein feger mehr hatte hier vieles habe ich aber scheinbar getroffen bzw das ein oder andere war natürlich auch auf boden gestellt gerade die x bogen glaube ich waren teilweise auf boden wenn ich mit denen hier so angucke okay der hier steht das ist ein luftboden der ball hat mit auf meinen hund okay aber die an der andere ball hat halt nicht und die machen halt auch dps machen halt auch dps ok es hat natürlich so eine base keine kampftürmer sondern es hat keinen monolithen aber dennoch ist das für mich keine selbstverständlichkeit dass ich in 14 einfach mal so zack drei jahre aber irgendwo was dann abzusehen weil ich gesehen habe menschen fällt ja gefällt eine def nach der nächsten multi inferno ist perfekt für meine drachen und für die drachen reiter da wird halt nicht so viel abgezogen mein roll champion ging auch gut durch nahm sich auch noch mal zack der multi ist mit raus jetzt hatte ich natürlich doch ein bisschen sorge mit der weg ich doch noch tief stehenden luftabwehr und habe gedacht okay die luftabwehr holt mir jetzt wirklich alle meine letzten drachen runter oder so einen nach dem anderen aber ich habe dann auch gesehen okay das sind auch noch ein zwei drei vier ein drachen reiter das ist denn doch ein bisschen viel auch wenn die waren aber alles schon angeheitet der drachen reiter schafft es nicht der drachen alter schafft das dann nicht aber der drache glaube ich packt jetzt die luftabwehr oder der auch noch nicht und da hatte ich echt sorge ordnung kommen schaffen das nicht aber die haben es dann doch geschafft auch ein bisschen nerven gezeigt weil wie gesagt für mich ist das auch kein kein tagesgeschäft hier die drei die die radhaus 14 einfach mal so zu dreiern jetzt hat man die chance wir haben die chance genutzt und haben dann dementsprechend 33 zu 31 gewonnen was er sehr gut für uns war wir sind aber immer noch ja auf dem absteigenden ass und kämpfen jetzt gerade gegen kamikaze es ist schwer diese diese säsorge ist etwas schwerer kämpfen jetzt gerade nämlich gegen kamikaze und kamikaze hat uns auch schon 232 3 er glaube ich reingeballert wenn ich sogar drei zwei haben die wir haben ein aber wir haben auch schon wieder ein 1 sterne ich habe gestern schon erzählt wenn man ein 1 sterner macht muss man erst mal drei sterne machen damit man 22 sterne hat prozentual prozent erst mal ganz dahingestellt und deswegen wenn wir hier dem ganzen auch wieder so ein ganz kleines bisschen hinterher wirklich nur ganz kleines bisschen hinterher den nehmen wir noch mit in die heutige folge würde ich sagen auch wenn es fresh ist und ich gestern natürlich versehentlich gesagt habe in meinem video ja leute bis mittwoch zum mit clash ja ich weiß ich war gestern online oder oder wird passiert auch nie wieder nicht stimmt ich hatte einfach bock leute und wenn ich bock habe dann streame ich auch an tagen wo ich eigentlich gar nicht plane zu streamen aber es war ein sehr schöner abend haben den abend schön ausgehen lassen nämlich gerade mit mit den mit dem auslaufen des klankriegs tages und war wieder eine coole sache danke noch mal die zuschauer die auf jeden fall da waren denn für mich ist manchmal auch ins team so eine so eine sache der erholung das heißt also ich habe eigentlich keinen bock zum stream weißt du so ich habe überhaupt keinen bock wetter ist so schön und bier schmeckt so gut aber wenn ich dann erst mal im stream sitze und so die ersten sätze lese und auch sage so dann dann kommt plötzlich so die so die lust und irgendwann bin ich dann auch nicht mehr zu bremsen und dann möchte ich eigentlich auch gar nicht ausmachen um elf oder ein viertel nach elf oder halb zwölf aber ich meine wir müssen auch die nachtruhe einhalten ich bin kein vollzeit streamer oder vollzeit content creator und dementsprechend ist wir das natürlich ein bisschen menschlich halten ob ich diese strategie auch mal übe ich habe schon ewig ewig keine bodenstrategie mehr mit meinen fünfzehner gespielt weil die drachen einfach stark sind und die und die sache mit der blimp einfach recht safe ist was man ja hier jetzt nicht so sagen kann ob das wirklich immer recht safe ist oder nicht mit den mit dem bolan und auch mit den echt spät gesetzten helden teilweise das kann ich ganz schlecht einschätzen zumal ich natürlich im moment die bowler noch gar nicht aufmexte aber man kann ja mal trank nehmen die laufen bei mir noch im labor und es ist aber scheinbar gerade wieder wieder so ein bisschen hippie vor allen dingen glaube ich auch in legende wenn ich das manchmal so beobachte bei dem einen oder anderen content creator und scheinbar ist das zurzeit neben den barbaren eine der angriff strategien die man sehr sehr gerne nutzt abgesehen wenn man drachen nimmt oder wenn man drachen nimmt also zurzeit ist das rathaus 15 oder die rathaus 15 meter glaube ich ein bisschen breiter und 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 ist nicht kompakt irgendwo so auf ein 1 bis 2 angriff strategien die auf jeden fall funktionieren sondern wirklich schon sehr sehr breit gefächert was aber glaube ich auch ganz gut ist also rathaus 15 ist nach wie vor schwer auch wenn es darum geht mal zu dippen auf 14er weil der auch nicht gerade leicht ist und wenn da mal ein bisschen was nicht nicht richtig läuft oder schief läuft dann kann das auch ganz ganz schnell ein fehl geben aber das brauche ich euch nicht zu erzählen das ist uns allen schon passiert ich glaube keiner kann sich hinsetzen und kann sagen haben 14er den dreieck immer mit links die man mit verbundenen augen das glaube ich nicht okay der gegner hat nerven gezeigt ich hoffe ihr habt keine nerven gezeigt und zeigt auch keine nerven in der jetzt laufenden cwl und wenn euch das video gefallen hat dann lassen wir einfach am ende das ist jetzt ein daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und am kanal dranbleiben und dann sehen wir uns und hören wir uns in weiteren videos oder live streams das müsst ihr entscheiden dankeschön bis dahin euer toto